Mit Kondometern Mit Kondometern Für meine Fans unterschreibe ich gerne Oh shit Leute ist eine Dior Brille Gibt es irgendwas kleingedrucktes? Ich habe Post bekommen Ich habe einen Zuschauer Sehr korrekter Typ auf jeden Fall Er ist Cenk Und Smart auch bei mir in meinen Tiktok Livestreams Gerne, 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 gerne rein Schauen, vorbeischauen Mäßig, mäßig, mäßig Auf jeden Fall, ja, ich bin auf Tiktok jetzt aktiv Sehr live momentan Und jetzt ist es total Und jetzt ist es total Ich bin gespannt, was er mich geschickt hat Aber ich muss mich erst fertig machen Weil ich bin wirklich aufgewacht So ich bin hier Halbnackt gefühlt noch Vor kurzem aufgestanden mäßig Eine letzte Sache, ja Die ich euch anvertrauen muss, sehr for real Song of the day, ja Oh Gott, trust me Trust me on this one Das war ja Ich hab mir hier Ich hab mir hier Auf jeden Fall Ich werde das Ich bin hier Genre, gelle Ich hab dir Ich verrucke, kann ich nicht Ich kann nicht Ich hab dir Ich kann nicht wie mit Manila Ich hab dir Ich hab dir Ich habe in die Baume von Es ist das Ich anni Das ist das Ich bin jetzt offiziell fertig mäßig. Und ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall live mäßig. Schoko Daddy is crazy. Schoko Daddy is crazy. Was geht? Was geht? Was geht Luca? Danke für die Rose. Danke für die Rose. New Angle? Ähm, not really. Cause right now I'm making a YouTube video actually too. So, just look at this, okay? So, there's the camera. There's the LED light. There is myself kind of. And wait. Can you see that? Can you see that? Yeah, so I'm making a YouTube video right now. Actually, so yeah. Der Junge zieht sich einfach aus für die Klicks. Äh, nein, ich bin aufgewacht, dicke. Ich hab nur eine Jogginghose angezogen, dicke. Ich bin aufgewacht. Ich hab Kopfe rauf gesetzt. Hab mein Gesicht gewaschen, Zinn gepustet. Das war's, dicke. Ich hab nur so maximal, bruder. You so hard, bro. Chill out, bro. Chill out. Chill out, buddy. Chill out. Keep hustling, bro. There's only one way out, bro. So, and I don't wanna live an average life, so. I don't wanna live an average, my niggas. So, yeah. I have to hustle, bro. I have to. Whether I like it or not, I have to do it, man. Hey, hey, sup. What's up? What's up? What's up? What's up? What's good? Gamechart ohne Spaß. Wer noch keine On-Ear-Headphones hat, vertraut, ja. Mit meinem Code. Ihr könnt 15% sparen, ja. Hm. Yeah. Schreibt mir auf Instagram, ja. Und das Ding ist. Boah, die sind am Noise Cancelling wie ein Vater, dicke. Ohne Spaß. Ich setze die auf die Volllautstärke. Ich kann durch Berlin rumlaufen. Ich werde 100% von LKW getroffen. 100%. Seid schon, ich kann mal mit denen auf den Weihnachtsmarkt gehen. I dreamt nicht von going to an Ali-Chopper. Ey, listen, bruh. I was an Ali-Chopper-Concert hier in Berlin. Trust me, Ali-Chopper, he has so much energy, bro. And with an M&M and with an... American crowd, bro. I think he will perform super, super hard, bro. Pause. Yeah, yeah, yeah. And Ali-Chopper is so fucking good. On stage. Pause. Pause. Good morning, fresh boy. Liebe Grüße aus Dortmund. Ich küsse dein Herz. Liebe Grüße zurück aus Berlin. Cenk, Cenk, Cenk nochmal, ja. Ich küsse dein Herz, dass du's gemacht hast. Dass du mir diese Box gesendet hast. Mach auf, Cousin. Okay. Ich muss kurz Schere draus holen, ja? Warte. Ich hol kurz ne Schere oder so, Messer. Na, no. Ich dachte gerade, er holt was anderes raus. Pause, hey. Also. Ähm. Darf ich das Tektor so zeigen? Ich glaub nicht, ne? Egal. Chat, ihr müsst sagen... Ihr müsst sagen von 1 bis 10, wie gut das ist, ja? Ihr müsst reingucken, ja? Ihr guckt vor mir rein. Ich guck nicht rein. So, von 1 bis 10 ist gut. Von 1 bis 10 ist gut. Ist geil. Nein, nein. Hell aufzuspielen, hell aufzuspielen, hell aufzuspielen. Ist for real? 10 von 10, warte ich... Nochmal, 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 nochmal. Okay, nochmal, warte. Ist for real? Ich guck nicht rein, ich guck nicht rein. Alles for real. Hi. Ähm. Abo. Abo. Digga, komm ich gefälscht rüber? Seid ehrlich, Jungs? Komm ich gefälscht rüber? Oh my god. Komm ich gefälscht rüber? Oh my god. Komm ich gefälscht rüber? Oh my god. Oh my god. Komm ich... Rang, Digga! Komm ich gefälscht rüber? Seid ehrlich? Sie können sein Macher sein, Digga. Wenn das das einzigste... Das einzigste... Ich bin ein Hund, wenn ich das jetzt sage, ne? Boxhandschuhe check, okay. Ey, Bruder, du bist ein Arby, ich küsse dein Herz, ja? Was ist das? Ist das Schüsse? Von meinem Travis Scott-Dance. Oh shit! Ah, hier ist der zweite. Oh shit! Jake, ein Macher ist zum Hund, ein Macher ist zum Hund, ein Macher ist zum Hund. Sechs Kondömmlis hat er mir zugesendet. Sechs Kondömmlis. Vorher hast du ihm die richtigen Größe, äh, richtigen Größe Drake gesendet. Bro. Mir erinnere mich nicht. Danke für die Kondome. Mit Kondometer. Mit Kondometer. Mit Kondometer. Mit Kondometer. Ohhhh! Er schreibt mir hier, du stinkst. Er schreibt mir hier, du stinkst. Das hat mir das noch zugesendet. Ein Deo. Rope nigga, alert, alert. Ah, okay. I guess. Hold on. Pfff, 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 pfff. Ich hab das noch nicht. Ich hab das noch nicht. Kommt hart, ne? Bruder, komm hart, ne? You better smash me. Bro, das sieht Loki aus, wie sieht es aus wie ein Dragon Ball Charakter. Ich hab das jetzt gerade so. Bruder. Boah, die sagt so hart, Digga. Die sagt so hart, Digga. Ah, wie. Digga, hart. Warte so, Digga. Ah, wie sieht's hier noch, Digga, die sind hart. You Black Goku? Stück für Stück erstmal danke. Ähm, danke. Ähm, danke. Ey, danke für die Rosen. Das riecht is crazy, aber die riechen gut, Digga. Die riechen gut. Okay, danke für die Haribus. Happy Cola, Sau. Ich danke für die Haribus, Abi, ja? Boah, ich hab sogar noch Plus gemacht heute. Ich habe zwei, vier, sechs, 18 noch gemacht, ja? 18 Plus gemacht, müsste ich? Was ist das? Ist das ne Schatzkarte oder so? Richtung, Richtung Klit von der Dame oder was ist das? Oh, shit! Oh, shit! Wow. Ey, check auf dich, die Qualität von dem ist unnummermal geil. Ich muss das einrahmen, ja? Ich muss. So aus Prinzip, Digga, ja? Keine Ahnung, selbst wenn es Chirin David wäre. Ich weiß nicht, wie, wann, wo du das gegrabbt hast, wen du geluscht hast dafür, aber... Ey, yo! Digga, das ist hart, Digga. Warum kann es ganz so komisch? Oh Gott! Bin ich horny? Oh, shit! Leute, das ist eine Dior Brille, ja? Das ist eine Dior Brille. Das ist eine Dior Brille. Das ist eine Dior Brille. Ich sollte ich jetzt oder so, hast du gerade? Ich soll ja. I'm the captain now. Jank, I'm swaggering right now, ja? Unlimited Drip, ja? Unlimited Drip, Digga. Dior Glasses. Dior Glasses. Für meine Fans unterschreibe ich gerne. Sign the contract, big boy, sign the contract. I'm gonna sign the big contract, ja? Cenk, du hast alles noch vergessen, ja? Diese Socken. Die gehen wie Powerboostiker. Ich hab Plot-Armor. Ich hab Plot-Armor, du verstehst nicht. Big boy, sign the contract, ja? Ja. Cenk's such a good guy, it's scary at this point. Ohne Spaß. Irgendein, irgendein... Irgendwas falsch verlesen oder so, ja? Gibt's irgendwas Kleingedrucktes? Kickstare! Kickstare, ey! Kickstare, only like the kickstare! I get money! Dramatis that. Vramatis that. Gun! Danni. Hey! 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 Ich hab Angst. Warum ist das so groß? Pause! Oh mein! Pause! Oh mein! Oh mein! Oh Gott! 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 Pause! Pause! Oh Gott! 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 Ich brauch ne größere Schüssel. Ich hör auf über Größen zu reden. Ja, aber... Bro, der... Ohne Spaß! Ich glaube, das war der größte Pause-Moment in meinem Leben. In meinem gesamten Leben. Ich hab noch nie so einen großen... Ich hab noch nie so einen schlimmen Pause-Moment. Ähm... Ich hab eine Fresse. Ähm... Ähm... Danich komm zu dem Arkt mit einer Dame. Und wenn ich dann... 69 mache... Wird das brennen bei ihr? What the fuck was that? I'm sorry, don't promise me. Boah, das ist eine crazy Frage. Ey, woher ich was fragen? Die ist gerade eingefallen, miesig, ja? Aber okay... Das Aroma ist scharf. Das ist sehr scharf. Ich esse wie ein Big Boy, warte... Geht's halt? Ey, das ist cool. Eigentlich chill ich jetzt momentan, das ist ja ehrlich. Ein paar Sekunden später Warte kurz Ja, es ist getting harder Warte, warte Ich vergehe What? Ich vergehe Oh, 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 oh Man, it's weak Ich würde ein bisschen machen, ja? Oh, oh, ich sehe einfach Oh, ich sehe sexier, so Okay Wow, meine Lippen sind voll Damn, sind die Also in der Kamera Wenn ihr das Video seht Nur auf YouTube Wenn ihr das sehen wollt Werdet Ähm Meine Lippen sind voll pink Is it pink? Usher S. Build You sure? Man, it's running, bro Oh, oh, oh shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Okay Okay, bin dann Ups Ich bin dann Ich bin fertig Ich bin fertig Tastoria Oh, shit Oh, shit Ich bin natura Wow Oh 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 Praise's butt Ey, chill, 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 chill Chill, chill Chill, chill Oh I'm Ähm, ich trink gerade die Soße, äh, von, ach, halt deine Fresse, dicke, ich halte meine Fresse, warte, ich sag gleich, kann ich mit dem Chat erklären, was passiert, ähm, wer ist Schroft, die Antwort, so? verschnuppt ich habe es geschafft ich habe es geschafft ok ich habe das gleich gegessen auf leeren Magen zu meinem Frühstück erstes Unboxing Video auf meinem Kanal obwohl ich immer groß bin offiziell aber erstes Unboxing Video und ich sage ehrlich ich fühle mich so dankbar dass mir Gott dieses Leben geschenkt hat ich bin dankbar dafür dass Jank kennenlernen durfte ehrlich als ohne Spaß in dem Chat W Double Jank aber Jank ist gefickt Jank, listen, du hast gefickt du hast gefickt das zum Frühstück, frohe Arbeiten stell dir mal vor ich auf ne Stunde ein Date mit deinem Mädchen der ist gefickt der ist mich gefickt aber ey, fuck it deswegen, ich bin dankbar ich bin dankbar für alles und wie gesagt, Jank, ja ich will es noch 10 Post mal sagen ich liebe dich, ja Pause na, no Pause ich bin Homosexual ich liebe dich ähm, du bist ein Arby du bist ein Arby ohne Spaß du bist ein Real One du bist ein W-man du bist ein Real Nigel so du hast Endpass von mir, ja wow, 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 wow hey, 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 hey ich danke dir auch für die fünf für die sechs Kondome ähm, shit Wifees hit mir na, scherz, 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 scherz hit the line Warum ist es so groß?